Herzlich willkommen zu diesem ersten Video aus der Videoserie über das KNX-IP BAUS 777. In dieser Videoserie schauen wir uns an, was das KNX-IP BAUS 777 so alles kann und wie es parametriert wird. Aber was ist das KNX-IP BAUS 777 eigentlich? Nun ja, es handelt sich dabei um ein leistungsfähiges Universalgerät für die KNX-Installation. Aber was heißt jetzt leistungsfähiges Universalgerät? Na, dafür schauen wir uns doch einfach mal die Funktionen des BAUS 777 an. Man kann das BAUS 777 zum einen als Schnittstelle zur KNX-Anlage verwenden, da es ein integriertes KNX-IP-Interface besitzt. Weiterhin ist es ausgestattet mit der gleichnamigen BAUS-Schnittstelle. BAUS steht dabei für BUS Access and Object Server und bietet die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen KNX-Geräten und Nicht-KNX-Geräten aufzubauen. Das Ganze kann dann beispielsweise per REST API erfolgen. Spannend ist auch die Verwendung zur Visualisierung und Steuerung der KNX-Installation. Dabei bietet das BAUS noch ein paar Zusatzfunktionen, wie beispielsweise Histogramme, E-Mail-Versand und Zeitschaltuhr, die alle über die Web-Oberfläche eingestellt werden. Und bei Web-Oberfläche sind wir schon bei einem guten Punkt, denn die Parametrierung des BAUS erfolgt dabei ausschließlich per ETS und der Web-Oberfläche. Dabei werden KNX-spezifische Einstellungen über die ETS getätigt und userspezifische Einstellungen wie Zeitschaltuhren, E-Mail-Einstellungen etc. werden über die Web-Oberfläche des BAUS eingestellt. Das bedeutet also, es sind keine externen Tools notwendig. Aber genug der Theorie, schauen wir uns die Web-Oberfläche doch einfach mal an. Ich befinde mich jetzt hier auf der Startseite des BAUS. Und bevor ich auf das Dashboard gelange, muss ich mich zunächst einmal einloggen. Das sind jetzt hier bei mir noch die Standarddaten, Admin, Admin. Und nachdem ich mich nun eingeloggt habe, bin ich jetzt auch schon auf dem Dashboard des BAUS. Und was wir hier jetzt sehen, ist auf der linken Seite die Raumübersicht, also die einzelnen Räume, die wir zuvor in der ETS eingestellt haben. Und auf der rechten Seite sehen wir die Funktionen, die diesem Raum zugewiesen sind. Diese kann ich jetzt hier aus der Web-Oberfläche heraus bedienen. Also ich kann hier jetzt bei den Gebäudefunktionen zum Beispiel zum einen die Betriebsart einstellen und ich sehe, ob die Fenster geöffnet oder geschlossen sind. In der Küche habe ich dann beispielsweise eine Beleuchtung und Steckdosen, die ich schalten kann. Im Wohnzimmer eine dimmbare Beleuchtung und eine RGB-Beleuchtung. Und im Schlafzimmer kann ich die Temperatur einstellen. Und zum anderen kann ich hier auch beispielsweise den Rollladen bedienen. Zusätzlich zu diesen Funktionen, die wir hier jetzt sehen, können wir auch jeweils Histogramme und Zeitschalt-Uren einstellen. Wenn man das macht, schauen wir uns aber in den dazugehörigen Videos an. Habe ich diese Zusatzfunktion aber aktiviert, kann ich mir diese auch oben im Menü noch einmal anzeigen lassen. Also hier oben unter dem Menüpunkt E-Mails sehe ich jetzt zum Beispiel, dass hier ein E-Mail-Versand für den Datenpunkt des Fensterkontakts angelegt wurde. Bedeutet also, wann immer die Fenster geöffnet werden, wird jetzt hier eine E-Mail verschickt. Bei den Zeitschalt-Uhren sehe ich, dass eine wöchentliche Zeitschalt-Uhr angelegt ist für die Jalousie, die jeweils um 7 Uhr aktiviert wird. Unter Histogramm sehe ich dann zum Beispiel den Temperaturverlauf im Schlafzimmer. Dann gibt es oben noch den Menüpunkt Datenpunkte. Hier sehe ich jetzt sämtliche Datenpunkte, die ich zuvor über die ETS aktiviert und eingestellt habe. Also hier unten auf der linken Seite sehe ich jetzt die verschiedenen Datenpunkte und auf der rechten Seite sehe ich dann jeweilige Zusatzinformationen zu diesem Datenpunkt. Also ich sehe, was für ein Datentyp hat dieser Datenpunkt, ich sehe mit welchen Gruppenadressen dieser Datenpunkt verknüpft ist und ich kann mir auch anzeigen lassen, wie die Flags sind und ich sehe die letzten Telegramme oder die letzten Werte, die an diesen Datenpunkt verschickt wurden beziehungsweise die von diesem Datenpunkt verschickt worden sind. Und dann kann ich hier gegebenenfalls auch noch sehen, ob Histogramme oder Zeitschalt-Uhren zu diesem Datenpunkt aktiviert wurden. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Visualisierung auf HTML5 basiert, ist sie auch mit Smartphones und Tablets gut bedienbar. Hier jetzt mal als Beispiel auf meinem Smartphone. Ich kann jetzt hier auch die einzelnen Räume sehen, befinde mich jetzt hier auch bei den Gebäudefunktionen, sehe, dass der Fensterkontakt geschaltet wird. Jetzt kann ich mal in einen anderen Raum navigieren und dort die Steckdosen ein- und ausschalten. Und auch Rollladenfunktionen und Temperaturfunktionen sind vom Smartphone aus gut bedienbar. Damit soll es das aber auch zu diesem Einstieg in das BAUS 777 gewesen sein. In den nächsten Videos wollen wir uns dann nochmal etwas genauer die einzelnen Funktionen des BAUS anschauen. Und wir werden uns auch anschauen, wie man das BAUS in der ETS parametriert. Also, ich freue mich, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin!